Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Mountain Blade Warband mit der Bot-Chancellas Calradia Version 2 und der Staffel 3 Joch, in der letzten Folge haben wir gerade noch Frieden mit den Sereniden geschlossen jetzt gucken wir, dass wir die Swadia zufrieden kriegen da sich die Weige wahrscheinlich im Norden rumtummeln und sich mit dem Norden und dem Restraum rumprügeln habe ich schon länger keinen mehr von denen hier unten gesehen das heißt der hätte den Krieg schon längst bänden können naja soll uns recht sein, ich will mal geh in die Halle was hat man da? Chancelon Kon-Stabbel du bist wichtig ich möchte, dass du mir hier Rekruten holst hol mal ein paar Swadia voll, nein nein, 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 vergiss es vergiss es, nein passt schon so der Rest passt schon so gut verlassen wir gucken mal nach Terraman dass wir überall mal reingeguckt haben so von irgendwas auch immer da drin los ist weiter in die Halle Baron Vuldrat hallo, wie geht's dir? hallo, mein Freund möchte ich was fragen? ich wollte dich was fragen wie läuft der Krieg so gegen die Swadia und die Weigir ah, Jarolek okay, Haralus äh, Harlaus ja, die Kämpfe waren echt erbittert für die Swadia Lady Saphia wer bist du und warum bist du hier? die Schwester von Lakim und die Gattin von Bilia alles klar, Saphia dann sein mal weiterer Schwester von Lakim und ich lauf mal so ein bisschen Richtung Dürung da ist ja unser Freund Bilia ich gehe mal so ein bisschen rumlaufen hier also wir haben 2,3,4,5,6,7 sieben Stück na wie jetzt der Mann Freund wie läuft der Krieg das macht mir gerade ok, dann gehe ich wieder tschüss was ein langweiliges Gesprächspartner ich bin mal davon aus mit einem Vernichtungsschlag könnten wir sie jetzt besiegen und da war wieder ein Rubschrauber unterwegs wir laufen mal zum Dorfzentrum warum wir auch immer in Sektem sind ich rede mal mit dem Ältesten vielleicht hat der eine coole Idee was wir so treiben können mit der Zeit wenn wir auf Swadia etc. warten er müsste eigentlich da steht unser Chamberlain hallo Chamberlain wo ist denn hier der Bauchende steht er müsste doch hier irgendwo rumstehen dachte ich da steht bestimmt am Ende dieses Feld tja was ich nicht sagen tue hallo da fällt es dann ok dann guck ich mal wo ich Rinder finde wahrscheinlich unten in Shibaizmur da können wir mal 6 55 Geburtsbanditen aus meinem Dorf treiben wo sind diese Scheiß Banditen ich will ihnen auf die Praze geben nach dort haben sie uns geschickt dort kommen sie die Geburtsbanditen die müssen wir noch in den Hordak Mountains müssen wir noch in den Hordak Mountains das ist ein nettes Entschiedement das heißt Mountain Clank also so wie Mountain Dew alles was wir dafür tun müssen sind 10 von diesen Räuber-Trupps hier in den Bergen der Räuber-Truppe vernichten sind ja die Fiege ja eine kostenlose was war so Abnolette dafür dass ich ihn angepasst habe das Pferd unser Marsch ab hält es auf und aus und sie gesperrt oh nein wir haben ein Hornbewusstsein schlagen lassen können Respekt wir haben es geschafft im Gesicht dieser Armee einen Hornbewusstsein zu schweigen zwei Hornbewusstsein zwei Hornbewusstsein oh oh Respekt Respekt ich bin schon voll der Arsch so Koffen vorwärts nicht Koffen vorwärts wir müssen also mit dem ältesten wo sitzt er da sind bestimmt da am Feuer das sieht schon so verdächtig da nach Haus nur Dorf hält es statt ich möchte ein Rinder kaufen Rölf noch mal nach Dankeschön Warte ziehen Färde lasen ok Vieherde entsprechend wie die Vieherde Ok wir laufen uns hinterher also laufen wir an Sektum vorbei wir gehen jetzt nach Sektum mal rein ja wir reden mit dem ältesten gut ähm gut weiter ziehen verlassen wir sind beim Volk beliebt gemacht finde ich korrekt kann man mal machen muss auch mal sein ich bin da ich bin es geil wer bist du ok du willst mit mir die Schwerte kreuzen kein Problem können wir machen aber diesmal machen wir es anders Bogenschützen zehn Schritt vor Kavallerie zehn Schritt zurück Infanterie ihr bleibt stehen wie ihr bleibt ich stehe jetzt hier und gucke euch zu wie ihr anfangt hier diese Ankömmlinge zusammen zu schlagen Pfeile fliegen Pfeile fliegen Pfeile los den Graf haben wir zerst ich trabe ich bei die Kavallerie Schaden durch hingelegte Lanze zu glück so viel dass es mit nichts ausgemacht hat den Rest kriegt ihre Hunde in der Hand und angerrückt und angerrückt und angerrückt und ihr bleibt einfach nicht schlecht wir holen die Schlacht zu uns wir holen die Schlacht zu uns Schwabinien vor die Tourist Schwabinien vor Weltherrschaft Pfeile 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 3 die Pistole jeder der Spieler oder drückten Bescheid spiel 3 2 natürlich solltet To get out is my way to... Boah, hat's sehr wöflich gemacht, hat's sehr wöflich gebracht. Wo soll er dafür drauf kommen? So, Wohnschutz, hier. 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 So ist es für meine Fälle. Mein Pferd hat's gerade erwischt. Nicht tödlich, nicht hemmend, nicht grüffelt. Sind die Bogenschütten bald mal in Position? Wir bräuchten hier noch ein bisschen Bogenunterstützung. Ja, genau. Kavaleristen schiebt mal. Ich bin müde. Rauch, rauch, rauch. Rauch, rauch, rauch. Rauch, rauch, rauch. Ich erinnere mich, solchzielle Leute wäre noch vorgegeben. Ja, äh, jung. nicht die Däumchen die Gäste die Streitkolben der Schilder schützt und mit diesem Schild gerade nicht möglich ich schülle es einfach mal mein Leben bis der entweder tot oder geflohen ist Bogenschutz zum Angriff okay die Ritter haben es geschafft Feierabend Jungs wir tüten ein was geht rüsten auf was geht und dann gehen wir nach Hause machen das mal schön Abendessen fertig ich wollte Abendessen ich sollte auch mal was essen wir haben zwar Mittag ich habe wirklich Hunger die ganze Nacht durchgemacht und voll wenig gegessen egal lassen sie die Items liegen dann gucke ich mal ins Inventar die 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 wir besuchen unsere Mühle okay ein bisschen Brot haben wir noch Schmeiß raus bis ich wieder so was haben wir hier Wüstenräuber darum sollte sich das niedrige Folge mal kümmern Niederes Gefolge Blasen Reiger und Kanäle geht zu dem Frieden das freut mich nicht so wirklich Graf des Bienen Alter das Schwall hat ein großer mehr um sich geschafft eigentlich nicht so viele aber er hat viele er hat viele verschiedene aber nicht sehr viele oder eher weniger guter als so ich bin jetzt noch einmal so ein bisschen Richtung nicht ich habe den Grafen verloren ich weiß wo der Grafen ist und ich habe ihn in der Falle ich lock ihn jetzt immer tiefer in mein Reich bis er mischt wird dann greift mal zum Schwert greift mich an traurig und schützt den Schritt vor Kavalerie Kavalerie sind schon zurück Kavalerie in der Pflege in dem kreis und deckt nach und ich ziehe in den größeren Kreisen und ich guck mal ein bisschen auf die Karte so und dann guck ich mal so auf die Werk dann guck mal so wo wir bleiben und dann guck mal so wo wir bleiben weil ich es kann weil ich es kann C3 Pfeile auf mich zufrieden Boah, ich kümmere mich um die Kabelette Aufzuschießen Ich schwöre Auf, Mann Auf, das Schuss Unkrieg Lauf Willkommen mit Pfeilhage Meine Grüße Hallo Herr Drach Darf ja mal Geh auf den Sack auf Ich will keine Freunde mehr Angriff 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 Berkow, Berkow, Berkow Auf, mein Trogenschießen Das ist nichts für mich Nö Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Lanz und Reiter ganz so gar nicht bin Und deswegen ganz von Kippen wieder entgegen habe Habe ich bestimmt schon erwähnt, ob ich einst die Kippen habe Was? Warte, warte, warte Fünf Richtig krasse Armee Richtig viel Verstärkung, die du mitgebracht hast Richtig viel Verstärkung, die du mitgebracht hast Bist du noch ganz? 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 Und Hast du doch diesen Angriff überlegt? Den konntest du aber nicht wegblocken Berührung Du hast mir einen Schaden genommen Dafür Spring ich dir erstmal Ufenkopf Aus RIP Landsknecht, Ambrustschütze RIP Svadischee Infanterie Was haben wir da noch? Ein Infanterist, der es versucht hat Hallo Kavalerie Die Infanterie hat geregelt Kraft des Pien konnte entkommen Unsere Männer kriegen jetzt eine große Aufrüstungsrunde Aufrufe Das ist 7 10 Hier nochmal 10 Hier nochmal 5 Boah Doch das läuft Wir haben keine Inventarplätze mehr frei Was haben wir denn hier ein Schlachtfeld? ja, Tillis Manson, Neujahr, Schabkorn unsere Karawanen wachsen unser Volk ist zahlreich wie eh und je unsere Armeen stark wie sonst was da bin ich da gerade gesehen haben sich da gerade welche unter meiner Patrouille durchgeschlichen und wenn dem so ist, wird unser Volk es natürlich vertreiben ok, Harrington hat den Karagi, äh, Kegi den, den, ok Amazon wurde aus der Anenschaft entlassen Meltor ist beim Karagi abgehauen und hat sich den da angeschlossen verschwinde, Raffar was hast du dabei oh, ein Ex-Svadia Zieleine Kumpel Kompadres, haut ab Drui du harsches so gewollt dann zeig ich es ihm noch einmal mach nen Abflug, wo ich dir aufs Maul gebe wollte ich ihn nicht hören, dafür kriegst du aufs Maul wir haben ja noch ein paar Minuten äh, den gebe ich jetzt volle Taktik eine mit der Abrissbirnstrategie volle Kraft voraus eine rein Trommage grазд hít hít Abflug der tid krank ein ruhig krank 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 Ich sehe keinen taktischen Vorteil, den zwei Ege-Agst-Kämpfer haben können. Ich kenne euren taktischen Nutzen in der Feldschlacht in der Wüste nicht ganz hoch. Mit euren Fellmänteln. Gut, das muss ich mit einer Nordarmee auch sagen. Den taktischen Nutzen in der Wüste. Ich habe hier schon mal eine Nordarmee in der Wüste gesehen. Hier mit Fellmänteln und decken Rüstungen. Auf einem. Wenn man gar keinen Fellmantel ist, ist ja lame. Ne, das ist Lederwamms. Das ist aber auch dieser Anliegen. Ich meine... Ihr wisst, dass ich mal nicht mache. Mach mal. Ja, Pelsmäntel. Wo Ledermäntel? Wo Pelsledermäntel? Die einfach in der München kann man nicht machen. Was ist denn da noch mal so? So ein etwas, dass man den Rutschimpft. Okay, wir haben es geschafft. Und sind dann noch 30 Sekunden hinterzeit. Komm, Druehich mach Abflug. Wir nehmen die restlichen Weige, die überlebt haben, gefangen. Level noch ein paar Truppen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir zum Chamberlain gehen. Und so langsam sieht uns Geld aus. Und das Geld in mein Etage ist langsam wenig, you know. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier noch an Rekruten? Nichts. Ist das richtig? Tatsache, wir haben hier nichts mehr an Rekruten. Gut. Noch Bogenschützen, Veteran brauchen wir ja erstmal gar nicht. Dann guck ich mal ein Duch, Kuba. Da müssten bestimmt ein paar Rekruten rumstehen. Nein, kein Kommentar. Ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann hier weitermachen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.